10.50 ist geil. Das war auch der Start. Damit alles wissen. Wir etablieren das jetzt wieder. Ey, war das mit den giftigen Blasen? Nee, ich glaube nicht. Ja, okay. Das tut okay. Du Blinderter! Komm hier. Eija. Aber ich glaube, das war doch mit den Blasen. Eija! Eiris! Eiris! Boah, ey! Oh! So, doch nicht mit den Blasen. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das die sichtige Tür ist. Das ist doch auch nicht. Ich gucke mal hier noch. Ich weiß nicht so. Ich weiß nicht, ob ich das besser mache. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber du hast es in den Blasen. Und du hast es in den Blasen. Ich weiß nicht. Oh ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, richtig. Weil sie auch nicht meckern wollen, ey. Oh, der Kleine, ey. Kann nix machen, wenn er dahint. Nein! Keine Angst. Und gab's Nudelauflauf. Süßen Nudelauflauf? Hm? Süßen Nudelauflauf? Nein, normalen. Süßen. Gibt es? Zugerei drin. Einmal Zugerei. Hier drunter. Oh, das ist kein... Neu. Eine Feder. So leicht wie eine Feder. Nicht nochmal. Was? Warum machst du das? Ich wollte rutschen. Oh, shit. Soll ich denn mit dem Kuscheln? Doch. Was will ich denn haben? Eine Feder. Na gut. Hui. Na komm, die Bär. Na! Ey Teufel! Schick Planner! Ich muss dir gleich noch ein Video zeigen. Wenn du schon so ankommst, ey. Dann... Hab ich heute entdeckt, ey. Richtig gut. Hab ich gedacht, ey. Schick Planner. Ich bin sicherlich... Ich bin sicher. Die Riet? Eie, geil. Oh, nein! Oh. Oh. Hä? 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 Ich hab keine Ahnung. Das geht nicht immer Perfekt, ey Er hat wieder gesehen, dass da irgendwas faul war Ich starte den immer Ah, richtig Das ging nicht mit rechten Dingen zu Genau wie das Geisterhaus Hättest du doch die erste Töne müssen Ja, anscheinend, ey Ich mach das jetzt einfach nochmal so Und nimm die erste Tür Ah, mit Zeilen Richtig Lucky me Buh, gruselig Die Musik ist schon gruselig Die Musik ist gruselig, auf jeden Fall Wie, da ist da Was, ich war so irritiert, dass da keine Fehler rausgekommen ist Ein Geisterkopf Das ist jetzt, das kann, aber Aber hat's gut gegangen Nein Was ist denn da? Leben Mein Leben Mein Leben Boah, was war los, ey? Such die Ghostbusters Das war nicht gut Jetzt hab ich meinen Geisterhaus zu meistern Was hast du gesagt? Was? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, such die Ghostbusters Du bist gerade wieder so leise Ich bin jetzt hier auf einmal leise Jetzt bist du wieder laut Jetzt bin ich wieder laut, willst du mich verarschen? Nein, das merken die ja, hören die ja auch Das hört keiner, das ist bei dir, weil deine Ohren Ich muss mal putzen Ich glaub, weil der Spielsound ist sowieso noch zu laut Man hör dich gar nicht Das ist doch echt schön Na egal, dann synchronisiere ich drüber, was du gesagt hast Oh, geile, ich freue mich über das Beste Yeah Ich hasse alle Ich schätze auf Abonnenten Das wär geil Das würdest du selber lustig finden Ja klar, würd ich das lustig finden Jetzt ist er doch wirklich da scheiße gelaufen Der hat hier gesprungen Das ist wahr Und das mit den Blasen Du hast das mit den giftigen Dingen Ich bin nicht sehr erpicht darauf, hier zu sterben Ah Ich hab mir erst gedacht, warum geht der nicht zurück Da wolltest du es wissen, ey Hahaha Hase willst du es wissen? Die neue Show auf YouTube Hahaha Das wär mal geil, ey Hahaha Hahaha Kann ich über diesen Abgrund springen? Hahaha 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 Das ist awesome! Block that shit! Hahaha Ich bin da oben gegen die Kante Was war da los? Ich bin da oben gegen die Kante geknallt Da war noch ein Pixel-Kante Ja Hahaha Hahaha Ein Pixel-Kante Hach 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 Gänsehäuser Hach Schnauzt Hach Hach Weißt du, meinst ist ja kein Problem eigentlich hier Das ist mega probelig. Naja, ich hätte jedenfalls drei Leben bekommen da drin. Das heißt, ich muss die auch da wieder abgeben. Sonst ist Ungleichgewicht. Ah, richtig. Meinst du, dass irgendwo eine Pflanze oder sowas? Kann schon sein, ey. Feder. Was machen wir jetzt? Noch wieder, ey. Woher hört sich das ganz komisch an? Ach, ist das dumm. Ey, einfach mal. Ein P-Switch. Da ist doch bestimmt noch irgendwas hier. Ich denke mal, hier ist eine Tür. Boah! Ob das richtig ist? Noch erreicht, ey. Das habe ich mir auch gedacht. Noch erreicht. Ich war selbst überrascht. Ich versuche nochmal, jetzt hier bei mir das Geister aus und dann mach ich den Schnell. Du, 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 du. Das war Risky. Risky. Risky, ey. Gritsky-T-Shirt. Oh, und dem Parfum. Hier, nimm das. Wo er Zeitung austragen soll. Und dann hat er immer Leuten auf der... Er hat Julius geholfen, Zeitung auszutragen. Und dabei hat er immer Sachen fertig. Wie mal einen Toaster oder so. Und dann hat Julius auch was von abgekauft. Einen Toaster. Du kannst einfach von Risky, weißt du, kannst du nicht, ähm... musst du einfach kaufen. Immer so gute Angebote. Hier darfst du echt nicht lange fackeln. Ja, klar. Vor allem, du hast es doch schon mal geschafft, also. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich weiß nicht, wo das für ein Problem ist. Genau 90 Punkte hat er damit. Deh, 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 deh.